um vorgesehen hey you guys und willkommen zu Red Dead Redemption 2 mein Name ist der Rockstar und in der letzten Folge haben wir erfahren dass uns unsere Frau Abigail wieder beertet hat und wir haben Marston, ach Marston sag ich schon, wir haben Ankel gerettet, er wurde der bin nicht gebraten so, wir können mit Abigail sprechen oder mit unserem Sohn reden ich weiß noch nicht was wir machen spontane Entscheidungen spontane Blitzentscheidungen und ich sage einfach mal hey schauen wir uns einfach an was es so gibt so, weißt was, wir gehen ins Haus und reden mit Abigail was war das denn von der Animation, bitteschön egal, das war die schwarze Tür des, der Verdammnis stand da, sitzen sitzen, ok so, ihr seid glücklich? ich denke so und ich habe gut gemacht? du hast gut gemacht also bin ich verpflichtet? nie du bist eine hartere Frau wovend wovende wovende Und all arm to the teeth like that. I'm a working woman, Abigail. I'm a bounty hunter, bodyguard. I protect the gold prospectors up in the hills. I'm thinking of starting my own transportation business. I was thinking maybe if John wanted to earn some money. My husband, he ain't looking for that kind of work. Took on a lot of debt when we bought this place. And you're working for her to pay it off? Yes, sometimes I was. But I thought we said no more of that. No, you said that. What else am I going to do? I'm a goddamn man. It's legal work, Abigail. And I never got killed. It's hunting down fools for the government. Easy. Even Jack could do it. Don't you put those stupid ideas in the boy's head. He's going to do something better than this. Like what? Writing silly stories? I'm sorry, Abigail. Really, I am. I just thought if you wanted to earn some money... How many times do I got to bury you, John Marston? Never. You ain't never burying me. It's legal work that I can handle. There's, uh... There's something else. Micah? Bounty hunting is one thing, but goddamn Micah! I heard he was up country. Or some fellow who sounded just like him. Killed a family. Bar a little girl who escaped. Leave Micah alone. I'm sorry, Abigail. I came by because I was riding by chasing a fella, and I thought John wanted to earn some extra money. What is it? Abigail, we need the money. Some fella robbed his business. You know, an accountant or something. Came down from roads, I believe. How much does it pay? It pays good. The soft ones usually do. Okay, then. I guess. But Micah? No. Alright. John Marston? Let's go. Just, you bring him back to me. You hear? Of course. Und schon wieder eine Kopfgeldjagd. There you are, Missy. Let's do it. Get your horse and let's go. Sadie, mein Pferd steht genau neben deins. We're going up into tall trees. Hey. It's nice of you to stop by and see the place. Finally. Abigail's back. With the boy. You must be so pleased, John. And the ranch? You were right. It's really something. I think I'm gonna ask her to, uh, marry me. I got a ring. It was... It was Arthur's. I found it in a bundle of things that I've kept. You're marrying Abigail. Or, uh, asking her at least. Oh, my. I never took you for a romantic. Yeah. Me neither. But, haha, it's something I've thought about. And, uh, I think, I know, I want it. Okay. I guess I thought you were married already. Long ago. No. Not really. Not officially. Well, I'm real happy for you, John. Being married? It made me real happy. Yeah, also, ich muss schon sagen, ne? Die Epilogue, oder wie auch immer man das nennen will, Teile, 1 bis und 2, wo man jetzt John spielt, finde ich irgendwie auch schon cool, weil das schließt die Brücke zwischen Teil 2 und 1, beziehungsweise der Geschichte und der Geschichte aus Red Dead 2, der im Schneeins. Irgendwas, irgendwer war hier, genau. Irgendwas, irgendwer war hier. Hm. That fella left in quite a hurry. Here. Oh, he was from the south, whoever he is. Then, maybe he's our man. If you ain't become some bear's lunch. Yeah, looks like they went this way. Him or the bear? Both of them. John, was, was willst du mir sagen? Laufen, stoppen, laufen, stoppen. It's that way, I'd say. Great. Damn it! I lost the trail. Schön. Hier entlang. Okay, I think I got it. Follow me. Wo ist die beschissene Fährte? Da hinten. Yeah, this way. Ja, John, wir wissen's. Wir wissen, dass die Fährte hier weiterläuft. Wo helle Birne. Ist hier wohl was? Der sieht ein bisschen zerfleischt aus, würde ich behaupten. Ein kleines wenig. Ein kleines bisschen. Welches Monster? Ich denke, er ist weg. Komm raus. Komm raus. Schau raus. Jo, ein gruselig. Alles klar. Okay, John, wir werden ganz schnell. Okay, John, befreie dich, John. John, befreie dich. Sehr dreifach. Sadie, bist du gekommen bist, ne? Haben wir uns zehnmal überfreit. Oh, fucking Monster. Der will. Geh raus hier. Bevor ich da komme, ich will dich selbst töten. Ich komme. Pathetisch. Wollen wir uns sehen, ob das Tier uns lebt? Nein, Frau, das war nicht, oder? Ja, das war. Komm her. Komm her. In dein Gesicht, Bitch. Sir, Will. Call yourself a man. Well, it's like Abigail says. That's one word for you. I can't believe we didn't kill that bastard. Gave him something to remember us by, at least. Ja, ein paar Andenken. Ein paar Magazine habe ich in diesem Scheiß Vieh verballert. Ein kleines wenig. Ich bin ein paar Jahre lang, mit diesen wirklich schweren Dingen. Ein Mann, der Familie und alles. Siehst du das alles? Oh. Ich weiß nicht, ob ich es wieder kann. Ich bin mein eigen Mann, nicht wahr? Ich habe mich gemacht, diese Begrüß. Ich brauchte das Geld. Du bist dein eigen Mann, sicher. Aber ich bin meine eigene Frau. Und ich kann sagen, wer mit dem ich stehe. Und ich weiß nicht, ob deine Branche, und deine Kindheit, und deine Frau, sind die Dinge, die ich überraschend bin, wenn ich ein Gunshot höre. Wer ist das hier? Ist das... Ist das Sadie Adler, Mann? Die Bounty Hunter? Geh auf die Straße! Na ja, ihr braucht, glaube ich, mehr Schuss. Was? Warum? Du hast Sadie zurückgelassen. Willst du mich verarschen, Spiel? Jetzt zum Schluss, willst du mich verarschen? Ich tendiere schon. Du hast Sadie den Stich gelassen. Sadie ist einfach vor mir weggeritten. Du bist okay, John? Ja. Wir haben immer eine Art, die wir verarschen, fast zu verabschieden. Wir haben immer eine Art, die wir verabschieden, nicht wahr? Ja. Das ist ein Problem. Vielleicht war es nicht richtig, dass ich dich mit dir zusammengebracht habe, mit diesen wirklich schweren Dingen. Ein Mann, der Familie und alles. Siehst du alles? Ich weiß nicht, ob ich es wieder kann. Ich bin mein eigenes Mann, nicht wahr? Ich bekomme diese Telefonnummer. Ich brauch das Geld. Du bist dein eigenes Mann, natürlich. Aber ich bin meine eigene Frau. Und ich bekomme sagen, wer ich mit bin. Und ich weiß nicht, ob deine Branche und deine Kindheit und deine Frau sind die Dinge, die ich überraschend bin, wenn ich ein Schuss höre. Ja, fair genug. Das sind gut, neue Kleine, übrigens. Wer ist das hier? Ist das... In dein Gesicht. So sieht's nämlich aus. Wir lassen uns nicht erpressen mit Sadie. Ist das nicht? Ja. Es braucht ein bestimmtes Niveau von Entdeckung. Du denkst nicht, ob es richtig ist? Nein. Ich sehe nur die Angelegenheit auf der Wand. Und ich versuche sie zu erfüllen. Und wenn es andere Mannen gibt, nach den gleichen Angelegenheiten wie ich bin, dann werde ich kompetent. Es heißt, Industrie. Und wenn du nicht bemerkst, jeder ist da da zu tun. Ich denke, sie sind. Du sagst früher, dass du etwas über Micah wusstest. Du sagst mir, was du wissen? Du bist sicher, dass du ihn willst? Es ist nicht all das zurück in deinem Land genug. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn behandeln. Deine Angelegenheiten? Für Transporte? Das ist deine Entscheidung, ob ich mich zusammen oder nicht. Aber... Aber Micah? Das ist etwas. Das ist etwas. Ich muss das. Ich muss das. Mit oder ohne dich, Sadie. Du sagst was? Okay. Okay. Ich weiß. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Viele Dinge. Es ist immer nur die Hörger. Aber ich denke, du bist ziemlich nah. Wenn du etwas richtiges hörst, bringst du es mir. Okay. Ich bringe es dir. Ich verstehe. Aber du denkst, wenn das wirklich was du wirklich willst. Alles, was du kannst, und alles, was du kannst. Ich verstehe all das. Natürlich. Ich verstehe. 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 Sie? Nein. Ich bin gut. Sie sicher? Ja. Ich werde deine Handel an den Banken, wenn ich bezahlen muss. Danke. Ein wirklich großer Bastard. Woher von Blackwater nach Peter Soap? Auf, auf und davon! Dann bin ich mal gespannt, ob wir das noch schaffen. Und was ist endlich zum Teufel mit Mika oder Micah? Wir wollen den Bastard töten. Das, was er für Dutch angetan hat. Das, was der Bund angetan hat, beziehungsweise auch Arthur. So sieht das nämlich aus. Warte, 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 warte. Den Typen? Wir wollen ihm einen Dollar geben. Jetzt können wir ihm einen Dollar geben. Sagt er was? Du erinnerst das Vergangenheit, am Ende des Zukunfts. Alles klar, Herr. Sei jetzt eine gute Frau. Diese blinden Männer. Oder Opas oder so. Die kommen im ganzen Spiel die ganze Zeit vor. Und die haben irgendwelche Prognosen für uns. Irgendwas würdest reden sie im augenscheinlichen Blick. Aber. Ich bin der Meinung immer noch, dass es der Tod durch einen blinden Mann verkörpert wird. Und ja. Ein Puma. Wo ist der hin? Wo ist das Vieh hin? Der war noch grad irgendwie hier. Und schon ist er weg. Magie. Magie. Naja. Besonders, ich mag nicht wirklich Fischung. Ich mag auch, zu essen, oder? Weil wir müssen ein bisschen Essen finden. Komm schon, wir gehen hier zum Stream. Okay, wir gehen fischen. Warum musst du so sein? Ich bin sorry. Es ist okay. Okay. Du wünschst, ich war mehr wie du? Wie ich? Nein, aber... Wir gehen weiter. Kann Rufus kommen fischen? Die Fisch schreit die Fisch. Aber... Wenn du ihn auch möchtest, glaube ich. So... Du weißt, wenn wir nicht fischen Fisch? Ja, ich... Ich bin nicht sehr gut an das. At Fischung, oder walking? At Talking. With you. Aber Fischung wird viel Spaß. Sure. Wenn du nichts anderes als Bein, wiederholst. Nein. Ich würde gerne Fisch. Und... Es wird ziemlich Spaß. Ich versuche. Okay. Es ist gut, dass du mit dir mit dir, auch wenn ich... Ich kann nicht sagen, was ich richtig sagen kann. Und du, Papa? Wir sollten... Wir machen mehr davon. Okay. Ich meine... Ja. Ich würde das gerne. Das ist ein schönes Land, nicht wahr? Ich denke. Die Gräste und das Licht. Es gibt viel Schmerz in diesem Welt, aber sicher ist es viel Schönheit. Ja. Du wirst es besser sehen, wenn du älter bist. Es ist schwer zu sein. Es ist einfach... Land und Licht. Aber für mich ist es... Es ist... Es ist Leben. Ich... Ich kann es nicht erklären. Okay. Was werden du sein, wenn du älter bist? Ich will zu gehen. Und sehen die Welt. Das ist eine gute Idee. Dann werden wir einen Bewerber und helfen die Leute. Das ist ein richtig guter Fischungspot. Die Leute sagen immer so, und Stunden später haben sie nichts verletzt. Du bist nicht nur die Autorität auf alles? Na ja, nicht so? Na ja, vielleicht. In diesem Fall, das ist wahr. Ich sehe, dass es ein richtig großes Fisch in hier gibt. Großartige Steele-Header. Es ist schwer zu fangen, aber echt gut zu essen. Es ist schwer zu fangen. Es ist schwer zu fangen. Es ist schnell zu fangen. Das Hund von deinem Kind weiß, er ist von einem Klagen zu wissen. Komm schon, son. Ich bin sorry. Nein, ich bin nicht. Es ist okay. Komm schon, das Fisch. Okay, Angel mit Jack. Alles klar, können wir. Das können wir. Er war der Fisch. War er? Das stimmt. Ich erinnere mich, Uncle Arthur hat mich nach. Arthur sagte, du hattet einen Fisch. Ja. Ich glaube, er hat ihn. Das ist schön. Ich habe einen Fisch. Ich habe einen Fisch. Ich habe einen Fisch. Okay. Jetzt bleiben ruhig. Und beginnst ihn rein. Nicht zu schnell. Wir wollen die Hände festhalten. Er ist... Er ist stark. Gut. Jetzt bleiben ruhig. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Gib ihn ruhig. Jetzt bleiben ruhig. Ja, das war's ja. Wir haben ja mit Jack und Arthur geangelt. Wo die Pinkertons uns aufgelauert haben. Wie fühlst du? Ich... Ich fühl... Ich weiß... Danke, Vater. Ich sagte dir, das war ein guter Fischspot. Du hast es. Hey. My trip with Arthur. I remember now. I picked some flowers. And... A couple of men showed up. Dressed like they was from the city. No one like that's gonna show up here. Thank the Lord. Where's Rufus? I don't know. Relax. He's a dog. Where is he though? I don't know. Ach Rufus. Oder Rufus. Er kommt schon wieder. I'll go find him. Rufus. Come on, boy. Rufus. Here, boy. Let me come help you look. Rufus. Rufus. Rufus! 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 Well, that's not like him, Pa. Can you go go to the other side of the track? Ja, das können wir. Das können wir ausgezeichnet. Weil wir den clever haben. John hat aber ordentliche Ausdauung, muss ich sagen. Ja, das ist ein Rufus! Rufus, nein! Das ist ein Rufus. Er hat ihn gebetet. Und Jack, du hast auch gebetet. Komm her. Was werden wir tun? Was werden wir tun, Pa? Gifte aufsaugen. Als ob das klappen würde. Dad, Rufus, nein! Schau es raus! Er wird sterben! Er wird sterben! Ich bin okay. Ich werde ein bisschen warm und zu kalt. Ich bin okay. Go get the Fishing rods and fish! Ich will den Hoser home. Ich werde das hier zuhören. Er wird... Er wird nur ein bisschen schlafen gebraucht. Die Züge... ... wird keine Angsts verkauft. Ich schätze mal, was soll es jetzt? Du wirst einfach nicht wissen, wie die Dinge aussehen werden. Aber... Aber der Pferde... Der Pferde wird okay. Alles okay, son. Ein weiterer Versuch. Deswegen sage ich auch an unserer internationalen Stelle See you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht mit Red Dead Redemption 2. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below. Das war's. Das war's.